Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Franzl Wer die vorige Folge nicht gesehen hat, wie gesagt reicht es um mich auszuchecken Vorige Folge war so ein Klon von mir da oder mein Bruder, wo ich nicht weiß dass es mein Bruder ist Und so ein Baby, nachher ist so ein Dicker gekommen, ich kenne mich selber nicht mehr aus Und was ist da passiert? Hallo? Ich glaube die haben die ausgebaut, die haben mich vorige Folge gesprengt Hallo? Fertig Weihnachten? Was macht ihr da? Ist das Geschenk alles öffnen oder? Ist das dein Zimmer? Ja ja ja, ich geh raus, ich geh raus Ja Ja fertig, Weihnachten ist aber erst, zuerst kommt noch Halloween Ja was ist? Ja ich geh raus, okay Ja okay okay Joii Joii Jajajaja Okay 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 Ähm ja irgendwie Oh was ist das? Äh, ein Hammer Architektzhammer Was kann ich mit dem Hammer machen? Hammer? Ein Schnitzer, das glaube ich, was hab ich platziert Oh, du riecht es eh ein Fernseher Okay Okay Ähm, okay ein Hammer Hast du irgendwie irgendeine Truhe oder irgendwas, wo ich es auch liegen kann? Oh, was ist das? Ein Rund, ja genau, ein Rund ist das Oh, hallo, Detlef Hast du gerade, er teleportieren erscheint? Hallo Schott, ich sehe es, äh, ein kleiner Franzl, glaube ich Haha, haha, genug Schnitzel Haha, haha, Mini, Mini Franzl Haha, also Mini, ja pass auf, pass auf, dass er nichts tut Der hat nämlich auch Spritzpistole Jo, ähm, ähm, Spritzpistole Äh, oh Okay, du bist anscheinend Weltmeister Ähm, okay So, oh, oh Hast du wiederbelebt anscheinend? Da sind Kekse Ähm Rampferger Oh, ähm Ja, Detlef Brot umgeschmacht Ja, Brot Das sind eigentlich Kekse Was ist denn das? Kleiner Kopf, großer Körper Ja, ja, kleiner Kopf, großer Körper Dein Kopf ist auch nicht so groß Was ist das? Ah, Österreich, ja Österreich Lettland Lettland Was ist eigentlich Lettland? Wo ist Lettland, Detlef? Hä? 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 Oh Hä? Kitzel Kitzel Kitzel, okay Ähm, ja Feier da halt noch Irgendwie Ähm Dings, okay Äh Feier da noch Weihnachts mit dem Bruder, okay Äh, ja, dann geh ich wieder so Ah, ich brauch noch irgendeine Truhe Ähm, Dings, äh, Baby Franz, lass dir noch eine Truhe Ähm, eine Truhe, irgendeine Truhe Ah, da eine Truhe Da, da geh immer alles ein, gell Also wenn du Geld brauchst, äh, da ist immer Geld dabei Ähm, so Ja, ich geh ja schon Ich geh ja schon Ich geh ja schon Ich geh schon Ich geh schon Ja, alles gut Ähm, okay Die haben da jetzt anscheinend irgendwie, äh, Zimmer für die beiden Okay Ähm, also ich hab da immer noch ein bisschen Geld drinnen Also wenn ich mehr Geld irgendwie wegnehmen oder so Ähm, so Ich glaub ich geh jetzt einmal zum Bankkonto-Typ Äh, ups, das wollte ich nicht, die Schüttel Ich wollte jetzt einmal zum Bankkonto-Typ, äh, rüber gehen Ähm, genau so Ähm, genau so Aber es war, äh, ist richtig komisch Dass ich irgendwie jetzt kein Baby-Frans-Lies oder irgend sowas Ähm, so Wollte ich mich schauen, ob mein Zinssatz irgendwie schon gestiegen ist Weil ich hab letztens ein gezahlt eigentlich Er sollte eigentlich schon gestiegen sein Da ist immer das Geld-Logo Da ist ein Auto Kann ich da fahren Und da ist genau, da ist noch, äh, Detlefs Kakao-Haus Ähm, warum auch immer Mit einem Flugzeug drauf Ähm, Bankkonto-Typ, sinds daheim Hoffentlich sinds daheim Ähm, okay, da ist immer noch Bank Ich weiß nicht, neu eröffnet Eigentlich ist das schon relativ lange eröffnet Oh, ähm Guten Tag Guten Tag Wir haben heute eine Geschäftsreise Ah, okay Geschäftsreise Okay Haben heute geschlossen Okay, alles gut Okay, Geschäftsreise Geht einmal hinterher Wo geht dahinter Geschäftsreise Klingelingeling Was ist das? Klingelingeling Was ist das? Kommen, Lettland Ist das ein Lettlandviertel oder was? Ähm Klingelingeling Klingelingeling Okay, ich glaube, ich werde auch gerufen Mein Handy klingelton Klingelingeling Klingelingeling Ich glaube, ich werde auch gerufen oder so Was ist das? Was ist das? Oh, ich mach mal die Tür ab Oh, mich ist die Tür jetzt offen Die, die ist knapp Ich glaube, der ist auch gerufen worden Ich glaube, der ruft vielleicht zurück Was ist denn das? So ein Draht raus Oh, geht weiter Okay Oh, sie ist das ganz Die ganzen Die ganzen ganzen Heiser Ja So ein Mikrowelle Klingelingeling 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 Oh, hallo Ist das auch offen? Könnt ihr schon nochmal Wir kommen in den Lettland? Wer ruft mich denn jetzt an? Hallo, meine Zahn Mutti Ich bin gerade auf der Arbeit Ich kann gerade nicht Hallo Du bist doch nicht Ich kann nicht am Arbeiten Sonst wärst das Riechen an mein Handy gegangen Ich bin gerade in einer Geschäftsreise Mama, ich kann ja gerade nicht Na, komm, hast du denn auch schon deine Hose angezogen? Na, hab deine Hose angezogen Ich hab deine Hose angezogen Hast du auch dir schöne Montagose angezogen? Die ich dir gespielt habe Oh nein, ich hab die Die, die Die Instarkose ange... Oh nein Oh Oh nein Oh nein Die Dienstarkose angezogen Brudel Okay Huf dir schon nach zurück Okay, geht wieder Die kann man wieder hinterher, gell? Was ist das für ein Haus? Ein Drohn? Fake Österreich? Hallo, guten Tag. Ich habe schon dein Bankkonto öffnet. Ja, beibei. Mir gehört die Bank, Mann, Mutti. Ich brauche kein Bankkonto. Mir gehört die ganze Bank. Hör auf, mich Willi zu nennen. Mein Name ist Wilhelm. Okay, das ist Wilhelm. Kleiner Willi. Mutti, ich lege jetzt auf. Ich bin auf der Arbeit. Ich muss noch ein paar Bankkontos eröffnen. Ein paar Bankkontos? Ich will keine Bankkontos eröffnen. Ich will keine Schocke. Doch, keine Schocke. Ich muss jetzt das Bankkonto eröffnen und den Gleitzinsatz erhöhen. Machs gut Mutti. Okay. Guten Abend, Bankkonto. Ich habe dich gerade gesehen. Guten Tag. Sollten Sie uns erzahlen? Ja, aber wollte ich schauen. Wollte ich folgendes Mal schauen. Ihr Kontot 0 Euro, 0 Cent und 0 Schweizer Franken. Hä, aber wer hat das angenommen? Bummabumm. Das haben Sie alles abgehoben. Ich? Zur Privatnutzung. Okay, dann, äh. Ich komme irgendwann vielleicht morgen wieder oder so. Ich bring da das Geld mit, okay? Noch ein Gleitzinsatz und noch ein Profit, oder? Das Bankkonto schließt sich nach 14 Tagen unbenutzt. Aber wie lange ist es schon unbenutzt? Dann bring es keine Gleit. 13 Tagen. Okay, äh. Ich benutze morgen, okay? Sie müssen das Bankkonto neu öffnen mit einem neuen Passwort. Ah, ich mach das morgen, okay? Ähm. Alles gut? Äh. Okay. Alles gut. Alles gut. Nicht zum Geburtstag. Okay. Und wir haben gerade erfahren, dass er Wilhelm Haas, also Willi, und dass er irgendwie die Montagshose oder so angezogen hat. Oder nicht die Montagshose, sondern die Dienstagshose oder so. Ich weiß selber nicht mehr. Der hat irgendwie eine Mutter oder so. Der muss Bankkonto öffnen, oder? Und er muss irgendwie, ähm. Er muss den Zinssatz erhöhen, oder irgendwas. Okay. Also das ist immer wieder gut. Ähm. Ah. Hallo. Det. Hallo. Umbauarbeiten. Umbau. Äh. Ich komm da sonst immer rauf, Detlef. Das weißt du schon. Umbauarbeiten. Äh. Det. Ich komm da rauf. Ich sag's dir. Du musst da rauf. Das ist meine Wohnung. Detlef. Bauarbeiter. Ha. Bauarbeiter. Kannst du irgendwie einen zweiten Aufgang. Stimmt. Kannst du den. Ah. Aufzukreparieren. Ha. Das ist der Bauarbeiter. Das ist umgebaut. Neuer Eingang. Okay. Neuer Eingang. Komm da rauf. Umweg. Umleitung. Umleitung. Okay. Umleitung. Und dann? Ähm. Umleitung. Umleitung. Ja. Coole Umleitung. Okay. Ich komm da rauf jetzt. Ähm. Okay. Umleitung. 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 Was ist das da drinnen? Ähm. Detlef ist augeflogen anscheinend. Oh. Oh. Ich bin augeflogen. Äh. Okay. Okay. Hallo Baby Franzl. Oh. Okay. Dies war ein guter Sprung. Okay. Ähm. So. Hallo. Oh. 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 Ähm. Okay. Okay. Also. Wir haben. Hallo. Was? Der Bude ist böse. Oder? Okay. Wir müssen gleich leise sein. Ich hab da wie schlafen. Hey. Das ist cool. also so stürzt du das bist du da ok warum ist da pinke kratz ok der bruder der bruder das ist wie es als ich da bin er sieht mich nicht er sieht es sich wieder er ist es ich bin hoffentlich er sieht man ja ausgegangen und schlopfte da hallo hallo play button was hat er für einen youtube play button ist ja eis eine millionen abonnenten button oder was super okay okay teleporte ist immer gut ich frage eigentlich ob da vorne ich auch noch irgendwo arbeite aber ich gehe mal wieder heim ich glaube jetzt muss ich glaube ich um den umweg da gehen auf der seite ah da ist mein traktor okay okay ja mein traktor gehört mir aber den eh noch ja ah mein traktor wer immer den gestohlen hat warte mal kann ich nicht nach vorne ja natürlich kann ich nach vorne okay so dann gehe ich mal wieder heim so aufmachen und so und so und so und so und da ist irgendwie zugebaut weil der datelift irgendwie umbaut hat jetzt muss ich glaube ich da aussehen genau und da irgendwie glaube ich wieder einer genau hallo grüß dich servus hallo detlef detlef einmal kurz hallo ich büste auch wieder außer alles gut alles gut alles gut name und ganz gut okay okay ob der alle ist irgendwie oben gebt kleine Baby und der andere mit zwei Echsen oder so. Ist irgendwie urwütend und irgendwie. Ich kann mich ein bissel bringen. Kommt er? Oh, ich komm schon. Okay, okay, okay. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wutanfall. Wutanfall? Warum darf der Detlef drinnen sein und ich nicht? Warte, ich kann mich da auf der Seite nehmen. Ist er noch da? Na ja, Gast. Mitspielen. Mitspielen? Ja, 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 ja. Es ist in deinem Zimmer. Alles gut. Bin in deinem Zimmer. Alles gut. Kannst du mir nicht hauen? Das Fenster ist so. Triffst du nicht, triffst du nicht, triffst du nicht. Ja, 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 okay, alles gut, alles gut, alles gut. Teleport. Oh, äh, Teleport. Hallo. Ja, dieser böse Typ. Okay. Mario Kart. Mario Kart, der macht irgendwie, glaube ich, den Fortnite-Dance in den Fluss. Mario Kart. Hast du eigentlich noch ein bisschen Essen? Ich hab gar kein Essen mehr und hab wenig leben. Das ist der erste Platz. Ja, die hilft da ein bisschen, okay. Ähm, jetzt hat er ein bisschen links, ein bisschen triffst du, ein bisschen links, dann wieder Vierer und Tief. Oh, äh, es ist Weihnachten, Detlef. Kann ich das nicht erobern? Okay. Ähm, so. Ein bisschen Geld. Oh, geht Detlef. Okay, ähm, wo bin ich da eigentlich? Okay, der voll ist das Büro. Wer das auch nicht gesehen hat, einfach in der Franzl-Playlist rechts oben beim I auschecken, die Folgen, bei April. Da muss ich bei Opfel gearbeitet. Also, ich glaube, das ist die Seite eigentlich. Doch, das ist die Seite. Gut, direkt wieder Opfel. Detlef, bist du da? Ich brauch irgendwie Essen. Okay, hab schon wieder die Tier. Ah, so. Und, okay. Detlef, bist du da? Äh, ich brauch was zum Essen. Detlef? Oh, ja, 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 ich hab drei Leben. Ich hab drei Leben. Ich weiße. Drei Leben. Okay. Hast du was zum Essen? Ah, oh nein. Bomba ist verplantat. Bring um, bring um, bring um. Ja, genau, bau die Bombe, ja. Bomba ist verplantat. Ah, das ist unser. Nein, das funktioniert nicht. Das ist, äh, funktioniert nicht. Kommt der Terrorist win? Ich glaub, wir sind das. Glaub ich hoffentlich. Okay. Ähm, okay. Oh, da unten, da unten wir. Oh, oh. Hast du es entschärft? Wo ist es weggegangen? Was nicht? Ähm, okay. Oh, wer bist du? Hallo, ja. Ja, die Tier ist ja schon offen. Wie glaubst du da? Ja, hallo. Fortnite, Season 11? Ähm, ja. Ist die Playstation, Xbox, weiß ich was. Äh, ja, spüren wir Fortnite Season 11. Ähm, apropos Fortnite. Ich weiß nicht. Ich glaub die Season 11 kommt eh bei oder so. Okay, mittlerweile selber. Ich nehme mich mit Fortnite raus. Hilfe! 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 Was, was du aufführt? Bist du in Costa? Hilfe! Oh. Die Volkswagen! Was, was haben wir? Die Volkswagen! Was haben wir? Ahhhhhhh. Oh, die Volkswagen. Oh, Fortnite. Was? Slain by... Fr-F... Fr-F-Fienzl. Okay, Fränzl Ähm, okay Ich glaube, ich würde mal sagen Wieder das was für die Folge Franzl Ähm, okay Was ist mit dem Klon da aus? Ich hoffe, ich freue mich erst demnächst Lass ein Like und ein Abo da Und aktiviert die Glocke für mehr Minecraft Franzl Und dann zeigen wir uns in den nächsten Folgen